Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von DayZ. Erst nochmal kurz alleine und wie ihr schon seht, hier sieht ich glaube ich gar nichts, aber es ist recht dunkel, was liegt hier? Sneaker, okay. Gut, dann können wir ja mal in die Hand nehmen, reinstecken. Man muss das leider immer wieder neu machen, obwohl wir keinen Server Restart gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was seht. Aktivieren, achso, genau. Das ist schon mal eine Lampe. Ist schon mal schön hell, muss ich schon mal sagen. Dann haben wir hier draußen nochmal Kabeltrommeln. Wir haben jetzt auch schon einen dritten. Also gestern habe ich nicht weiter aufgenommen, weil er hat sieben, ne sechs Autos kaputt gemacht. Oh, stimmt. Ich bin auch noch komplett voll. Ah, jetzt ist gerade Nacht. Wir haben jetzt nämlich Tag-Nacht-Zyklus eingestellt, aber wir wissen nicht genau wie. Wir denken mal, dieses Standardkram ist das jetzt nur. Was dann natürlich ein bisschen sehr krass wäre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achso, genau. Eine Batterie. Klick. Ist jetzt ernsthaft rot? Die löscht jetzt wirklich rot. Oh Gott. Oh Gott. Warum? Oh, weia. Äh. Achso, verdammt, kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Pappen kurz den Helm hier rein. Weil wir hier zwei aufgestellt haben. Die zwei haben ja wieder Licht. Klick. So. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. Klick. Aktivieren. In die Hand nehmen. Ist natürlich schade, dass die sich immer alle disconnecten. So. Die auch. Stecken rein. Achso, verdammt, so. Genau. Gott sei Dank haben wir hier Sprit und endlich nicht so wie bei anderen Spielmiss-Survival. Es gibt sogar zwei Schatten dann. Das finde ich cool. Das läuft immer noch mit 60 FPS. So. Das dauert fünf Minuten, bis man hier mit dem Fernsehen ist. Das gibt es auch öfters, dass das nicht klappt. Dreh, Dreh. Oh, nicht so weit. So. Jetzt. Bestimmt wieder nicht. Nein. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Das ist aber auch nur, das meine ich jetzt wirklich, nur bei der Lampe. Wieder nicht. Nee. Ich weiß leider wirklich nicht, wieso. Es ist, wie gesagt, nur bei dieser einen Lampe so. So verbuggt. Achso, dann mische ich erstmal die weg. Bei der einen Kabeltrommel. Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Nein, ist wieder nicht. Man hört zwar zweimal klickt. Genau, was muss man machen? Ich glaube, man muss sich hier die komplett neu positionieren. Ich glaube, das hat gereicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das hatten wir gestern auch. Und wieder nicht. Er steckt sich auch immer wieder raus. Hatten wir gestern aber auch nur einmal. Und jetzt nicht so oft wie heute. Hä? Jetzt hört sich besser an. Ja. Klick. So. Beleuchtet haben wir jetzt hier bei unserem Hof eigentlich so gut wie alles. Ja gut, eigentlich rot sieht auch ganz cool aus, ehrlich gesagt. Ja. Okay, ja, es gibt noch Bugs. Aber was wäre das Spiel ohne Bugs? Wir haben gestern noch sieben Autos gefunden. Manne, also der Nobody, der steigt ein. Die Fahrzeuge verbacken, fallen teilweise durch den Boden durch. Oder gehen einfach sofort kaputt und er stirbt. Er ist gestern zweimal gestorben. Was wir uns dann gesagt haben, ess drauf. Wir versuchen uns das von mir aus komplett neu. Aber das, weil das alles jetzt nochmal machen und nochmal, ja, hoffen, dass man nicht stirbt, da hatten wir echt keinen Bock zu. Also da haben wir uns gestern gesagt, jetzt ist Ende. Er kommt heute auch nochmal on. Aber jetzt noch nicht. Ich glaube, nach der Folge. Und ja. Ist natürlich sehr ärgerlich. Aber gut, kann man nichts machen, ne? Wir versuchen momentan eigentlich nur diesen schönen Benzinkanis da leer zu kriegen mit dem Wasser drin. Weil den wollen wir mal rausstellen. Hoffe ich immer noch. Und ja. Ja genau, ich habe hier noch das Funkteil gefunden. Naja, und nicht nochmal, aber das Teil. Wollte ich da nicht so liegen lassen irgendwie, oder? Das ist zwar nicht ganz so wichtig, aber... Naja. Das Gute ist halt, wir können uns komplett wieder ausrüsten. Alles kein Problem. Ist natürlich trotzdem übertrieben nervig. Aber ich glaube, das kennt jeder von euch, der richtig zockt. Dieses Spiel. Weil, ja. Ist ja absolut kein... Warum sind die leer? Hat Norbert gleich ausgetrunken? Naja. Wir waren gest... Ups. Ah, ich kann drauf zugreifen einfach. Wir waren gestern noch bis mitten in der Nacht dabei. Ihn nach Hause zu bringen und halt allgemein so alles zu schaffen. Es hat wirklich, wirklich lange gedauert. Aber im Endeffekt hat es dann doch irgendwie geklappt. Darüber bin ich sehr froh. Das ist ja meine hier. Okay. Ach, genau. Hier liegt noch Batterie drin? Eigentlich? Eigentlich nicht. Eigentlich gehört hier nicht rein, aber ist ja egal. Halt. Warte, Batterien, Batterien, Batterien. Die waren in dem kleinen Zelt, richtig? Oh Gott. Füllt am besten immer früh genug Benzin auf von dem Automaten, weil sonst bei mir, bei uns, stecken sich die Stecker alle wieder raus, sobald er aus ist. Die vier da. Da kann man hier hingehen. Und dann puste gleich, wenn er ausatmet. Ein bisschen höher gucken. Da. Ist auch gleich leer. Das heißt also, wir holen uns mal einen Benzinkanister. Ja, wir haben nur, ja gut, mit dem einen Autovista. Ach, bedanken. Die anderen beiden sind auch komplett voll. Ich fülle die gleich aber nochmal nach. Ich glaube, der ganz linke war halb voll, tatsächlich. Ja. Dann haben wir alle voll und dann ist gut. Habt keinen Stromgenerator an in der Stadt. Ich habe den Ausweis aktiviert. Einmal. Und dann hat es rumgebrummt und dann kamen die ganzen Zombies an. Ist eine gute Ablenkung für die Zombies auf jeden Fall. Weil die sind dann halt auf das Ding da nicht drauf losgerannt oder gegangen oder haben es kaputt gleich gemacht. So haben sich halt dann nur rumgestellt und haben irgendwie sich das Teil so angeguckt. So wie von wegen. Was das? Haben uns dafür in Ruhe gelassen oder so. Ja, das wissen wir noch nicht, was das ist. Wofür das ist. Gerne könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Wäre sehr, sehr, sehr geil. Ach, stimmt. Wir haben ja noch einen. Der war das. Boah, da haben wir schon vier. Ups. Muss ich gar nicht. Hoppla. Ach so, nee. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwas umgeräumt. Na zupra. Ah, okay. Gut. Bisschen ausprobieren. Irgendwann klappt das vielleicht. Meistens. So. Hä? Okay. Die Einladenlampe ist jetzt weg. Ja. Ja. Wir wissen auch nicht, ob wir den Server wirklich verlängern, weil, wie ihr seht, es gibt einfach viel zu viele Bugs immer noch. Also, nein, was ist das immer noch? Nach fünf Jahren gibt es immer noch viel zu viele Bugs. Und, ja. Ist natürlich sehr schade, dass die das immer noch nicht hingekriegt haben. Ach, drei. Ach, gut. Jetzt. So. Schon haben wir alles mit. Sein Auto werden wir noch abholen, seine Sachen. Dann schon wohl eher ich. Ich. Uh, nee. Platzieren. Ich nicht. Ich kann ihn ein bisschen verstecken. Was heißt, vorne? Hier. Platzieren. Hä? So. Jetzt reicht's. Gut. Ah, ja, genau. Die kommen hier rein. Dunkel. Alter Schwede. Kann doch nicht mal dunkeln. Das ist ja. Stark und Lust da. Ist auch nochmal Benzin drin, ne? So, hier hab ich nochmal Muni. Ich hab noch ne. Ach so, von ihm, ja. Ja, 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 stimmt. Äh. La, la, la. Passt hier rein? Ja, gut. Mit dem Platz ist das natürlich knapp. Hier müssen wir trotzdem mal mit raus. Ich weiß gar nicht, was das in dem anderen Wagenzelt so genau drin war. Zack. Okay. Oh, Mann, ey. Hier müssen wir eigentlich wieder alles aufräumen. Ah. Zack, zack. Jetzt nochmal Öl. Also, Mutteröl haben wir doch dann tatsächlich genug. Bringt uns dann nichts, wenn die ganzen Autos im Boden verpackt sind. Und dann beim näheren Betrachten direkt explodieren. Kann ich ja so sagen, wie es ist. Ganz langsam. Hier ist komplett voll, ne? Oh, krass. Was war jetzt noch? 12 Kerzen. What? Wir haben gerade übrigens nach vorne gespawnt. Na gut, habt ihr ja gesehen. Oh. Wir können uns sofort drei Autos zusammenbauen. Wie gesagt, wir haben gestern sechs Stücke gefunden. Und alle sind kaputt gegangen. Wir haben das so geschaltet, dass die respawnen. Oder respawnen halt, ja. Ich bin jetzt mal krass gespannt, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, ich würde gerne mal eine Batterie nehmen. Mal ran schließen. Zwei, glaube ich, ne? Müsste passen ran. Huch. So. Anbringen. Kannst du mal. Keine Ahnung Muss man dann mal gucken Ja Die steht hier noch Das ist ernsthaft Ich wollte einfach nur drauf zugreifen Muss man mit Tab machen Finde ich sehr geil, dass hier noch steht Vielleicht bleibt er wirklich stehen Gut Jetzt habe ich euch auch mal das in Nacht gezeigt Aber Problem ist In Nacht würde ich ungern Auto fahren Weil hinten leuchtet gar nichts Ne, rückwärtsgang Ist an sich hell genug sind die Lampen Das auf jeden Fall Ich bin auch noch nie nachts gefahren Wirklich noch nie nachts gefahren Okay Ich bereue es nicht, dass ich nachts noch nie gefahren bin Okay Danke Spiel Aber wenn ihr als Quarfield einfahrt Seht ihr teilweise gar nichts Super Danke Beta 1.0 Hat sich nichts geändert Die sind einfach aus der Alpha rausgegangen Oder Early ist das rausgegangen Das war's Die haben sich so gesagt Die haben sich so gesagt Wir gehen jetzt da raus Das Spiel funktioniert zwar noch nicht Aber wir überlassen es dabei So kommt mir das vor Schade Schade Naja Gut Und war's das einfach für diese Folge Er dreht sich einfach Junge Ich guck doch da Und er dreht sich komplett rum Alter Spiel Lass die faxen Den kann ich auch nur in die Hand nehmen Ist der nicht platziert Die müssen platziert werden Sonst die spawnen die angeblich Hä Egal Vielleicht weil hier schon was dran gesteckt hat Gut Ja egal Vielen Dank für's Zuschauen Abonniert mich Gib doch nach oben Treibt den Kommentar Wie euch das Video gefallen hat Tschüss 2 6 6 7 6 6 7 10 10 10 11